Welches Waschmittel wäscht so viel weiße Wäsche, so viel bunte Wäsche, so viele Hemden, Höschen, Laken und Handtücher mit einem einzigen 3-Kilo-Paket so sauber? Es ist der weiße Riese, seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Mutti, ich klinge ein bisschen Schokolade. Aber ja, ihr Schlauberge. Hier, Milky Way. Oh ja, Milky Way. Schmeckt toll. Und macht nicht zu voll. Ja, unter der zarten Milchschokolade hat Milky Way diese locker und leicht geschlagene Füllung. So leicht erschwingt sogar in Milch. Milky Way, schmeckt toll. Und macht nicht zu voll. Es war eine Liebezeit. Die gute alte Zeit vor 2014. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Eine hochkriminalistische Aufregung liegt heute über dem Geisbacher Amtsgericht. Man verhandelt über das Schicksal eines Wilderes. Der Jagdherr, seine Erlaucht Sebastian Graf Hansberg und seine Jäger halten die schwierig erpirschte Beute endlich in den Fängen. Am liebsten hätten sie selber mit dem Wilddieb kurzen Prozess gemacht. Bua, mein armer Bua. Warne Großmutter. Mit den Delegenten zu sprechen ist verboten, vorwärts. Sabine, ich muss nicht traurig sein. Seppi, o mei. Die Braut erlaubt. Aha, typische Wilderer Braut, Weidmannsheil. Wo wird sie denn sitzen sollten? Nun, da ist wegen so einem lausigen Rehbuck, denn die ist auch nur eine Gerechtigkeit. Hat in unser Herrgott die Hosen, Hirschen, Reh und bloß die alten Jäger wachsen lassen. Der Vater. Ja. Beste Rasse. Altes Wilderer Blut. Mein Herr, das hätte gut und gern zwei Verwundete und einen Toten. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.